Don't be so quick to walk away. Ich dachte, den haben wir schon mal. Aber der ist so gut, dass er nochmal darf. Was geht ab, Leute? Mein Name ist J. Sam. Das ist direkt falsch. The third. Mein Name ist Aria Lee. Mein Name ist J. Sam. Und willkommen zu einer eigentlich ganz guten Folge des... Mann, Aria. Alles ist falsch. So viele Male. Willkommen zu einer neuen Folge des eigentlich ganz guten Podcasts. Direkt ein aktuelles Thema vorweg. Ich hatte übers Wochenende die Möglichkeit, einen kleinen Auftritt zu machen. Und mit kleinen Auftritt meine ich, der war sogar echt groß. Ja. Ja, ja. War ein bisschen überwältigt. Ich konnte nämlich einen Rap-Gastauftritt bei der Opening-Show von Naomi John machen. Ich habe mit Naomi John einen Song zusammen gemacht und sie hat mich so als Special Guest rausgeholt. Als ich das gepostet habe, haben voll viele mir geschrieben, warum habe ich nichts gesagt. Die wären gekommen und so. Vielen, vielen Dank an Leute, die gekommen wären an der Stelle. Zu meiner Verteidigung, die Show war nach so vier Stunden ausverkauft. Also da hätte niemand nachträglich noch kommen können. Deswegen hätte es gar keinen Sinn gemacht, so das anzukündigen. Und es sollte ja eine Überraschung sein. Danke an alle, die da waren trotzdem. Das war auch recht voll die crazy Reaction. Ja? Ja. Du musst mir mal ein paar Videos zeigen. Und ja, ich stand halt voll lange auch nicht mehr auf der Bühne. Deswegen war ich so ein bisschen überwältigt von dem Moment. Spass immer. Ja, war cool. War halt nur auch so... Das ist auch das Ding. Es war nur so zwei Minuten. Ich habe nur einen Song gemacht. Und dann war ich wieder runter. Deswegen, dass Leute extra dafür kommen. Aber falls Leute Bock haben, zu den anderen Tourstops zu kommen, die Tour läuft noch. Und ich glaube, es gibt bei manchen Stops noch Tickets. Ich glaube, in Köln nicht mehr. Aber in Hamburg und München gibt es noch Tickets, falls ihr da die Show angucken wollt. Ein bisschen Plug für Naomi. Dafür das... Aber ja, Mann. Wie war dein Wochenende so? Muss ich mich zurückerinnern. Ich vergesse meistens, was so gestern war. Weißt du zum Beispiel, was hast du gestern gegessen? Erinnerst du dich daran? Zu welcher Uhrzeit? Ah, jetzt machst du auf den oder was? Also, gefrühstückt. Ich habe Laugenbrezel mit Ei gegessen. Okay. Jetzt erinnere ich mich an gestern auch. Ich hatte Salami-Pizza. Zum Frühstück? Nein. Ach so. Zum Abendessen. Okay. Und dann noch so ein Caesar-Salad. Ah, nice. War gut? Ja. Irgendwie schon. So richtig wendet. Aber ja, nee. Sehr häufig vergesse ich, was ich so am letzten Tag gemacht habe. Ach, er guckt in sein Handy. Musst du deinen Kalender checken gerade? Was habe ich am Wochenende gemacht? Anscheinend hat Arya so hart Party gemacht, dass er komplett die letzten zwei Tage vergessen hat. Ah, koreanisch essen gewesen. Aha. Und dann One Piece angefangen. Hast du schon geguckt? One Piece Netflix? Ja. Ah, ich habe eine Folge gesehen. Gibt es mehr eigentlich? Zehn. Aber sind schon draußen? Ja. Ach so. Haben die alle auf einen Schlag geliebt? Ah, okay. Ich habe einfach nur eine Folge geguckt. Ich fand es besser als erwartet. Es hat einige Dinge, die nicht so gut sind sogar, bin ich der Meinung. Aber was es auf jeden Fall hat, und das muss ich dem echt lassen, es hat so einen gewissen Charme, der mir bei vielen anderen Anime-Verfilmungen fehlt. Hast du OG geguckt? Ja. Also O-Tone? Ja. Ah, okay. Schade. Also ich weiß, dass da die Synchro-Stimmen, die Anime-Synchro-Stimmen sind. Ja. Was ich echt sagen muss, ist, dass der Hauptdarsteller für Ruffy, der ist schon sehr gut gecastet, meiner Meinung. Der holt richtig viel raus. Keine Ahnung, der wurde geboren für diese Rolle, habe ich das Gefühl. Dings fand ich richtig geil. Das kam ja am Ende der Folge hier. Böle, 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 böle. Ja. Böle, böle, böle. Dieser Klingelturm. Sehr gespannt, wie all den Shit in One Piece noch auftaucht. Hast du alles gesehen? Nee. Ach so, auch nur eine Folge? Ja. Ah, okay, ja. Ich muss auch zugeben, ich bin mit sehr niedrigen Erwartungen daran gegangen. Ja. Weil es ist einfach so ein Fluch, der auf Anime-Verfilmungen lastet. Ja. Dass es fast unmöglich ist, eine gute Anime-Verfilmung zu machen. Es gab jetzt inzwischen schon so hier und da kleine Lichtblicke so. Ja. Ich glaube, voll viele mochten Detective Pikachu. Ich glaube, was den ausgemacht hat, war, dass die Pokémon genommen haben, aber von Anfang gesagt haben, wir werden absichtlich das versuchen, in einer ganz anderen Vibe zu machen. Also war es ja eher so eine Ryan Reynolds-Komödie. Ja. Als so eine ernste Pokémon-Story. Ansonsten fällt mir nur noch ein, also ich weiß, dass Ghost in the Shell voll viel Hate bekommen hat, aufgrund von Scarlett Johansson als Hauptfigur, weil sie nicht Asiaten ist. Das ist nochmal ein ganz anderes Gespräch so. Aber den Film fand ich tatsächlich gut umgesetzt. Und ansonsten fällt mir nur ein Edge of Tomorrow. Mhm. Mit Tom Cruise, kennst du den? Das ist ein krass guter Film und das basiert auf einem Manga. Kein Anime, aber ein Manga. Aber das ist ja auch nochmal ein Unterschied, wenn du Mangas oder Animes hast, die wiederum selbst eigentlich schon fast basiert auf, also vom Stil her, basiert auf einem Film oder sowas sind. Oder auf Real-Life-Dinge. Also weißt du, was ich meine? Es gibt ja Animes, wenn du die 1 zu 1 in Real-Life nachdrehen würdest, wäre es ein ganz normaler Film oder Serie. Okay, ja, verstehst du, du meinst. One Piece lebt ja von diesem extravaganten und sehr lebhaften Zeichenstil so. Die Charaktere sind immer dynamisch. Genau, genau. Es gibt teilweise Menschen, die so eine ganz andere nicht-menschliche Form haben. Die sind so einfach extrem groß oder voll breit random oder so, haben so einen Kopf, der gar keinen Sinn macht, so von der Größe her. Ja, da bin ich auch gespannt, wie die das in Live-Action umsetzen. Bisher war es okay. Okay, also ich habe was viel Schlechteres erwartet, aber kann es mit dem Original mithalten? Ich denke, es ist ja nur so ein Add-on, wenn du das schon kennst und magst. Ich sage jetzt nicht, dass, wenn man One Piece nicht geguckt hat, dass man das nicht gucken kann. Aber es ist halt gerade nice, wenn man es kennt und dann einfach so hier Nostalgie-Bedienung. Aber ja, wie gesagt, ohne dass ich jetzt all die krassen Erwartungen habe, weil ich mitten in der Serie stecke und alles miteinander vergleiche, fand ich es trotzdem. Also es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ich habe Bock, weiterzugucken. Ich war auch die ersten fünf Minuten sehr, sehr skeptisch. War so, ich weiß nicht, I don't know. Und dann wurde es, dann war ich immer ein bisschen mehr, was mich voll gestört hat, ist, dass sie nicht Intro von Goldroger, also wie in der Serie gemacht haben. Ach so. Das wäre so episch gewesen. Ja, true. Das hätte ich mir richtig sehr gewünscht, aber die haben einfach, es war so voll dieser epische Moment, aber er hat einfach so irgendwelche random, leicht anderen Wörter gesagt. Das Einzige, was gleich war, war vielleicht so, ihr wollt meinen Schatz? Ja, es war schon anders, hast recht. Und später irgendwann hat er gesagt, irgendwo da draußen ist er. Gibt es irgendwelche Animes, die du gerne in Real Life sehen würdest, die es noch nicht gibt? Oder würdest du sogar sagen, man sollte das gar nicht probieren? Also, was wirklich krass wäre, wäre halt Dragon Ball. Also, wenn man es in gut hinkriegen würde. Vielleicht kriegt man es irgendwann gut hin und darauf bin ich dann gespannt. Also, es wurde schon mal probiert und es war nicht gut. Baki wäre auch interessant. Hä? Es war nicht gut. Ja, genau. Das war, das Vorzeige ist nicht gut. Ja, stimmt. So, wenn man darüber redet, über schlechte Anime-Verfilmungen, dann wird einfach immer der Film als erster gezeigt. Und so, er war auch eine große Inspiration für jeden, der danach verkackt hat. Wie hat es Dragon Ball nochmal verkackt? Ah, okay, nein, das sollten wir auch so machen. Ja, Mann, die haben sich alle ein Beispiel daran genommen. Weiter geht's nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Diese Woche mal wieder mit unserem Dauer-Sponsor Wow. Für die, die es immer noch nicht wissen, Wow ist der Streaming-Dienst deines Vertrauens. Sehr coole Filme, sehr coole Serien. Fairer Preis, kann man nichts falsch machen. Diese Woche gibt es ein paar Serien-Neuerscheinungen, die durchaus die ein oder andere Person da draußen interessieren könnte. Nämlich einmal die Serie American Auto. Das ist eine klassische Workplace-Comedy-Serie in dem Setting eines Autoherstellers in Detroit. Und es ist einfach mal von den Machen der Serien The Office und Superstore. The Office bin ich sogar jetzt zufällig gerade am Durchsuchten. Auch extrem lustig. Wenn American Auto also auch nur halb so gut ist wie The Office, dann könnte es sich durchaus lohnen, zumindest mal reinzuschauen. Staffel 1 und 2 sind zurzeit auf Wow verfügbar. Dann ein weiterer Serien-Geheimtipp. Winning Time, das ist eine Dramedy-Serie von Adam McKay über die Showtime-Lakers der 80er Jahre mit Magic Johnson und Kareem Abdul-Jabbar. Und allein im Trailer wird klar, dass hier keineswegs in Sachen Ausstattung und Kostüm gespart wurde, um diesen freshen 80s-Look auf den Screen zu bringen. Einen sicken Soundtrack gibt's noch on top. Die erste Staffel könnt ihr jetzt zurzeit auf Wow komplett sehen und die zweite läuft gerade. Also ich glaube, jede Woche kommt eine neue Folge gerade raus. Achso ja, und last but not least eine Film-Neuheit, die bei mir ziemlich weit oben auf meiner persönlichen Watch Next-Liste steht. Nämlich der Film Babylon mit Margot Robbie und Brad Pitt in den Hauptrollen. Dieser erzählt die Geschichte Hollywoods, als es vom Stummfilm zum Tonfilm überging. Und ist by the way auch einfach mal vom Regisseur Damien Chazelle, der bei so ganz unbekannten Filmen wie La La Land und Whiplash die Regie gemacht hat. Also möglicherweise hat dieser Typ dezent was drauf und ist auf jeden Fall auch mit der Grund, warum ich Babylon gucken will. Falls ihr Bock drauf bekommen habt, dann geht einfach auf www.wow.tv.de und gönnt euch das 6-Monats-Angebot. Dort kriegt ihr nicht nur Filme, sondern auch Serien für einen unschlagbaren Preis und das Ganze für 6 Monate. Ganz genau. Und weiter geht's mit dem Podcast. Baki wäre vielleicht auch interessant. Baki? Ja. Was ist das? Das ist diese, die kämpfen die ganze Zeit auf jeden Fall miteinander. Ja, okay, das ist fast jeder Anime. Also das sind alle Shonen-Anime, die es gibt, diese ganzen. Okay, nee, aber das sind so Martial-Arts-Kämpfer. Mhm. Ich habe das eine Zeit lang geguckt. Der Grundplot ist eigentlich der, dass ein Martial-Arts-Champion von seinem Meister gewarnt wird, und der ist so todestark. Und da wird gewarnt, dass irgendwie fünf zu Tode verurteilte Verbrecher, die auch alle extrem skrupellos und stark sind, ausgebrochen sind und auf dem Weg zu deren Dojo sind. Und ich glaube, das war, weil die so, die wollten wieder eine Herausforderung. So, das Leben war denen zu langweilig, dass jeder, gegen den sie kämpfen, den können sie direkt umbringen. So, und ich glaube, die hatten von ihm gehört und wollten so wieder etwas Leben verspüren. Okay. Ja, dann wird es irgendwie voll crazy. Dann kommen die und dann wird gekämpft und die sind so... Ich weiß nicht, warum man immer auf sowas so voll steht, wo die so überstark sind. Weißt du, was ich meine? Aber ja, ich weiß gar nicht mal, warum ich nicht zu Ende geguckt habe. Ich habe eigentlich die paar Folgen, die ich geguckt habe, ziemlich genossen. Das würde ich gerne auch in Real Life sehen. Weil das hat so einen Mafia-Vibe, so einen Mafia-Film. Bisschen dann Never Back Down. Nee, wie ist der Fight, dieser Film mit Boyka? Meinst du mit diesem... Scott Adkins. Mit diesem viralen Capoeira-Clip? Genau. Wo alle dachten, der wäre echt? Ja, ja, genau. Never Back Down heißt er, glaube ich, im Deutschen. Ah. Glaube, warte, ich google das mal auch. On Match? Ach so, sorry. Im Englischen heißt er Never Back Down. Auf Deutsch heißt er The Fighters. Das war's. Das war einer dieser Filme, der so einen weirden englischen Titel auf Deutsch hat. Hatten wir hier eventuell auch mal in einem Video, glaube ich. Okay. Ja, verstehe. Ja, es hatte ein bisschen was davon, gleichzeitig mit einem Martial-Arts-Film, aber dann halt den Anime-Touch noch. Mhm. Und so die übernatürliche Stärke, die dann irgendwie so noch ein bisschen so aus Marvel-Filmen reingeworfen wird. Mhm. Ich glaube, so mit den Zutaten wurde diese Anime gemacht. Okay. Was würdest du gerne sehen als, äh, gibt's, hast du irgendwelche spezifischen Vorstellungen von Animes, die du gerne als Real-Life sehen würdest? Früher wollte man alles irgendwie voll gern sehen, bis man so dein Herz immer und immer und immer wieder gebrochen wurde. Gebrochen wurde, ja. Stimmt. Ich glaube, viele Anime-Sachen sind halt für Anime gemacht. Zum Beispiel eine Sache, die sich auch oft schwer into Real-Life übersetzen lässt, ist Character-Design. Allein, was du vorhin meintest, mit One-Piece. Genau. Ich weiß nicht, ob's euch aufgefallen ist, aber in Anime-Serien ist es zum Beispiel oft so, dass Charaktere immer sehr spezielle Haarfarben haben, zum Beispiel Orange oder so, Grün oder sowas. Aber das soll dann deren echte Haarfarbe sein und nicht irgendwie gefärbt oder so. Auch in Real-Life gibt's Leute, die sich die Haare färben und das ist ja fein. Aber dann ist es zum Beispiel ein Charakter, der soll jemand sehr Konservatives darstellen, der niemals seine Haare färben würde. Was ich meine? Ja. Und so in so einem... Und es sieht dann gefärbt aus. Und dann färbt er aber seine Haare halt so... Also dann hat er plötzlich rote Haare einfach oder sowas. Ja. Oder grüne. Und im Real-Life wirkt das dann so voll out of place. Und der Grund, warum die das aber in diesen Serien machen, ist, weil man die Charaktere besser voneinander unterscheiden muss. Weil wenn ihr mal überlegt, so viele Charakterzüge sind so sehr ähnlich unter den Figuren. Wenn sie alle die exakt gleiche Frisur hätten, dann würde man sie nicht erkennen. Ist auch nicht nur bei Anime, sondern auch bei vielen anderen. Zum Beispiel so bei South Park sehen eigentlich alle Jungs exakt gleich aus, bis auf Cartman. Aber die sehen eigentlich exakt gleich aus vom Gesicht. Und man erkennt sie nur daran, dass der eine halt immer so eine grüne Mütze trägt, der andere immer so eine Bommelmütze und so. Oder zum Beispiel, dann haben die immer sehr farbiges Outfit an in einer bestimmten Farbe oder sowas. Und im Real-Life wirkt das so ein bisschen sehr Power Rangers-mäßig, wenn so der eine trägt immer nur grün und die andere Person trägt immer nur blau, was ich meine. Again, das soll nicht heißen, dass nicht gefärbte Haare cool aussehen können in einem Film. Bloß gerade bei Charakteren, wo es wahrscheinlich nicht so sein soll, dass die ihre Haare gefärbt haben, aber es sehr offensichtlich ist. Oder wo die Sachen, die sie anhaben, einfach so sehr nach einem Kostüm aussehen und nicht nach einem Outfit, was sie tragen einfach. Ja. Holt das einem halt so immer so ein bisschen aus dieser Filmwelt raus. Weil es so quasi einem auffällt, dass sie sich so angezogen haben wie ein Charakter, statt dass sie einfach von Natur aus diese Kleidung tragen. Was ich vorhin gedacht habe, was eigentlich cool wäre, wäre so Yu-Gi-Oh! oder sowas. Und dann ist mir aufgefallen, so seine Haare gehen halt null. Ja, geht nicht. Von Yu-Gi-Muto, die Haare, die gehen einfach nicht in Real-Life. Ohne Kacke auszusehen. Sieht direkt aus wie ein 2009-Tectonic-Tancer. Vor allem, er hat ja auch so drei Haarfarben einfach. Ja. Er ist schon zum Friseur gegangen und hat da mal aufs Draus gewinnt. Also es soll ja eigentlich rüberkommen, als wäre er so vor der unscheinbare Dude. Also Yu-Gi-Muto ist ja eigentlich sogar unscheinbar. Ja. Ich glaube, den Haaren müsste man einfach arbeiten, indem man die Farben benutzt, aber nicht den exakt selben Style macht. Da muss man mal ein bisschen irgendwie ausprobieren. Also die Farben ja, die Frisur nicht. Was kann man für eine Frisur machen und ein paar dieser Akzente setzen. Und bei seinem Outfit... Sein Outfit geht klar. Kann man gucken, ob man vielleicht ein Detail oder da ändern muss oder so. Aber ich glaube, auch das könnte man recht stylisch hinkriegen. Aber ja, 1 zu 1 die Haare so zu machen, das ist ein Outfit nachher. Und dann noch das Millennium Puzzle, was so extrem groß ist. Sieht aus wie so eine Flavor Flav Chain, die so ein unscheinbarer Schüler auch noch so dazu noch trägt, zu seinen Spiky Hair. Okay, verstehe. Bei Yami ist er eigentlich in Ordnung. Aber wenn klein Yogi damit rumläuft... Genau, genau. ...ist eigentlich weird, dass er so voll erschüchtert ist. Flavor Flav, what's up, bitches? So eine richtig auffällige Goldkette einfach so. So aus purem Gold hängt so ein Anhänger, der größer ist als so meine Faust. Ja. Aber ja, und ansonsten wurden einige Anime, die ich cool finde, ja schon versucht und es hat nicht so gut funktioniert. Sag ich doch, bis dein Herz gebrochen war. Ja. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es überhaupt... Es gibt ein Anime, der heißt Future Diaries. Und die Story würde sich, glaube ich, gut in Film übersetzen lassen. Aber da ist wieder das Problem mit Character Design. So die Hauptfigur ist so ein Mädel mit so richtig langen, pinken Haaren. Und der eine hat so silbergefärbte Haare oder weiße... Also, dass eine Person mal so aussieht oder ein, zwei. Aber das ist ja ein richtiger Style-Choice. Und dann zu erzählen, dass zufällig alle Charaktere, die unabhängig voneinander sind, sehr extravagante Kleidungsstile haben, fällt immer voll auf, finde ich. Ja, okay, aber... Das ist ja auch nur ein Teil. Aber ich wollte sagen, so im Kapitol gibt es ja auch genug Weirdos. Es ist nochmal was anderes, wenn die ganze Welt aus so Leuten besteht. Aber wenn so alle richtig normal aussehen... Das zum Beispiel, das war auch bei Alice in Borderland. Ja. Auch auf Netflix. Ja. Da war es so, dass du hast immer, bevor du überhaupt wusstest, wer es ist, direkt erkannt, ah, das ist eine wichtige Figur und das nicht. Weil normale Leute sahen aus wie ganz normale Leute. Und dann plötzlich war so ein Dude, der so... Die so aussehen, als wären sie in diesen Spielhallen auf diesen Tanzautomaten immer. Und again, der Style an sich ist nicht das Problem, weil man kann voll fresh aussehen mit diesen Sachen. Es ist die Kombination aus, die haben diesen übel, übel krassen Style, aber die sollen nicht so eine Person darstellen. Sondern das soll einfach, das ist meine normale Haarfarbe. Ja, nein, ist es nicht. Was ich meine? Ich finde immer so, dann muss es schon zu der Figur matchen und nicht einfach nur, ich bin ein ganz normaler Businessman. Und dann trägt er so Son Goku Outfit. Ja. Also zumindest müsste er dann im Büro auffallen. Aber so keinem fällt es auf. So, ja, er hat ganz normale Sachen an. Nee, nee. Das Perfekte haben die ausgelassen. Was? Das wäre noch mein Wunsch. Ah, okay, erzähl. Conan. Es ist nicht schwierig daran, das umzusetzen. Und ich hatte gerade überlegt, sollen wir einen Conan kurz für machen? Eigentlich, weil das kann man voll gut eigentlich machen. Weil das Schlimmste, was du hast, ist so diese schwarzen Silhouetten, aber kannst du voll machen. Silhouetten zu machen ist nicht das Unmöglichste. Gab es jemals einen Conan-Live-Action-Film? Also falls ja, dann bestimmt aus 2008 aus Japan oder so, den wir nicht kennen. Yep. Gab's? Sieht sogar gar nicht so kacke aus, hä? Könnte... Ja, 2008 aus Japan. Ist es 2008? Nee, keine Ahnung, aber sieht so aus. Aber so Shinichi Kudo, es könnte schon eher sein, so. Was ich meine? Ja. So, was haben die denn? Die haben immer diese Uhr mit den Pfeilen. Mhm. Das kann heutzutage jeder Drittklässler mit einer VFXR machen. Nee, eigentlich ist die Serie ziemlich realistisch, bis auf die Tatsache, dass er so crazy Powerkick-Boots hat, wo er immer so ein Globus oder irgendwas mit shooten kann, um Leute außer Gefecht zu setzen. Aber all das kann man ziemlich gut erzählen. Du kannst eigentlich alles, was diese Serie ausmacht, eigentlich nice in real life Dingsen machen. Wer vielleicht ein bisschen weird aussehen würde, wäre Kaito Kid. Würde vielleicht ein bisschen strange aussehen. Ja. Mir würde ein Spiel einfallen, was ganz nice zu verfilmen wäre. Äh, Tetris. Nein, nicht was. Zu verfilmen? Was heißt das überhaupt? Sie kommen. Was sind die Blöcke von oben? Mach die Linie, klar. Nee, ähm, es gibt ein Spiel, das heißt Detroit Become Human. Und das ist ein Story-Game. Und das ist von der Story her echt nice. Und nachdem ich gesehen habe, was mit The Last of Us gemacht wurde, weil das ist ja auch ein krasses Story-Game, und das wurde ziemlich gut, eigentlich mehr oder weniger die Story, in so Serienform gebracht. Und das hat echt gut funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal eins wäre. Ähm, bei Detroit Become Human geht's um so Androids. Du hast eine Playstation zu Hause, ne? Ja. Falls du mal Bock hast, was richtig Geiles zu sehen, ohne Spaß, dieses Spiel, ich glaube, du kannst ja bestimmt die Demo for free runterladen. Nur das erste Level geht vielleicht 10 Minuten oder so. Von allen Game-Experiences, die ich hatte, einer der besten. Das ist so heftig gemacht. Du bist, ähm, ich will's gar nicht spoilern. Also du spielst einen Android. Okay. Vielleicht noch ein Anreiz, weil einfach nur ein Android klingt irgendwie nicht interessant. Du bist ein Android, der für die Polizei arbeitet. Und deine Fähigkeiten als Android, und auch deine nicht-menschliche Seite hilft dir bei den Fällen. So voll schwer zu erklären. Okay. Aber es ist richtig cool gemacht so. Ich hab sogar mal ein Video gesehen, wo, weißt du, so ein Entscheidungsgame. Dann steht da so, was willst du machen? Das, das und das. Und ich hab sogar mal ein Video gesehen, wo jemand die Auswahlmöglichkeiten in ChatGPT eingegeben hat, um zu sehen, was ChatGPT antwortet. Und hat dann immer das gemacht. Äh, um quasi zu sehen, wie ein echter Android wirklich entscheiden würde. Das war voll geil gemacht. Das war das interessante Video. Crazy, crazy, crazy. Einer fällt mir noch ein. Was auch noch sehr interessant wär, irgendwie, glaub ich, Death Parade. Ist das nicht, ist das das mit diesem Barkeeper? Ja. Ja, okay. Der Plot ist ja da quasi immer, dass die Leute, die gerade, ist das spoilern? Weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Weil da geht's, glaub ich, jede Folge darum. Überspringt einfach die nächsten 30 Sekunden, wenn ihr das nicht hören wollt. Der Plot ist da eigentlich immer, dass Leute gestorben sind und in diese Bar reinkommen und sie denken, sie erinnern sich an gar nichts. Sie denken, was mach ich in dieser Bar hier? Ich bin gerade zu einer Bar gegangen. Und in dieser Bar wird über ihr weiteres Ableben bestimmt. Was passiert später mit denen? Und dafür gibt es bestimmte Tests. Und da passieren ein bisschen crazy Sachen und das in real life könnte ich mir auch echt interesting vorstellen. Vor allem, weil es sind nur zwei Location. Rein theoretisch quasi sogar nur eine. Ich hab, glaub ich, eine Folge gesehen mal. Versteh, okay. Ist eigentlich ziemlich nice. Ja? Ja, also wenn du weiterguckst, ich glaub, das wird dir gefallen. Das hat halt, wie gesagt, einfach nur so hauptsächlich eine Location. Manchmal gibt's so Flashbacks. Gut, das wär noch. Aber ich mein einfach so, von der Hinsicht könnte man auch noch mehr Geld in die Einzelheiten reinpacken, um das geil zu machen. Weil ich hab schon das Gefühl, dass ich hier und da ein bisschen so Sachen sehe, wo die bei One Piece gespart haben, um die VFX dafür zu machen. Ach so, ja. Weißt du, was ich meine? Muss schon echt teuer sein und man sieht ja auch, dass die es nicht hier so richtig benutzen können, wie in der Serie logischerweise. Und das ist natürlich auch ein bisschen schade, aber auch verständlich. Weil zum Beispiel manchmal wird so normal gekämpft, um die krasseren Kämpfe zu verstecken. Weißt du, was ich meine? Wir machen ein bisschen Martial Arts so ein bisschen und ein bisschen weiche ich aus hier und da. Ja. Und ich blocke ein bisschen die dann und dann muss ich nur kurz meine Dreischwerter-Technik rausziehen oder ich muss nur kurz die Gum-Gum-Frucht. Ja, stimmt, stimmt. Bisschen haben die auch reingepackt. Das muss man denen sagen. Ich dachte so, da kommt wirklich jetzt nur so eine Sparportion. Das wäre wack gewesen. Ich glaub, die Fight-Choreografie war teilweise ganz gut, teilweise ein bisschen nicht so gut. Es war immer so ein richtiges Abwechseln davon, hatte ich das Gefühl. Ja. Aber man kann es sich angucken. Also ich glaub, ich werd sogar die nächste Folge schauen, weil ich bin schon gespannt, was die damit noch machen. Definitiv. Wenn's jetzt nicht auf einmal scheiße wird mittendrin, werd ich's auf jeden Fall zu Ende gucken. Ich hab auf jeden Fall Bock drauf. So ist es nicht. So ist es nicht. Auch wenn ich Sachen zu bemängeln hab, ich hab auf jeden Fall Bock drauf. Deswegen, let's see, was kommt. Und Avatar, können wir uns ja auch schon wohl bald drauf freuen. Ja, da bin ich auch echt gespannt. Ich hatte auch gar nicht auf dem Schirm das One Piece jetzt schon. Es kam irgendwie so, auf einmal war's da. Ja, stimmt. Also die hatten's für dieses Jahr angesagt, aber das ist trotzdem irgendwie so schnell passiert. Passiert, ja. Avatar, die Zeichentrickserie, ist meiner Meinung nach fenomenal. Die ist richtig gut. Ich hab die neulich einfach wieder angefangen so. Oder ich glaub, ich hab mittendrin einfach Folgen gesehen. Ich würd die voll gerne, sollte ich jemals Kinder haben, so meinen Kindern zeigen. Weil die so ne Serie ist, die gut geschrieben ist, gute Charaktere hat, so Witz hat und so. Heftige Action, aber trotzdem so, dass jede Folge so Kindern so Weisheiten auch mitgibt. Ja. Quasi auch lehrt, das Richtige zu tun, aber so auf ne richtig coole Weise. Auf jeden Fall sehr schwierig, das umzusetzen. Also auch das wurde schon probiert in Live-Action. Und das ist auch der zweite Film, der immer benutzt wird, um Leuten zu zeigen, ja, Live-Action-Filme funktionieren nicht so gut. Aber ja, vielleicht macht das die Netflix-Serie besser. Wir haben ja sogar mal eine Live-Action-Verfilmung gemacht, fällt mir grad auf. Haben wir? Ja. Von? Von Amangas. Ah. Das heißt, wir selbst sind jetzt auch nicht so, wir haben auch schon mal so darin probiert und das war auch unser erfolgreichstes Video bis jetzt. Ja. Deswegen, ich verstehe, warum Live-Action and out gemacht wird, weil es ist einfach... Achso, ne, dagegen hab ich ja nichts. Ich auch nicht. Ich bin Todes der Fan von Live-Action. Ich bin nur kein Fan davon, dass alles verkackt wurde. Ja, gut. Ja, also, weil es gibt ja Leute, die sagen so, ne, macht's erst gar nicht. Ne, ich sag, macht's, aber macht's gut. Das ist halt die Kunst und das ist halt voll schwierig. Das hatten wir, glaube ich, irgendwann schon mal besprochen. Ich glaube, bei Among Us hatten wir, also abgesehen davon, dass ich jetzt nicht behaupten will, wir haben es perfekt gemacht, weil wahrscheinlich weit davon entfernt, aber ich glaube, wir hatten zumindest einen kleinen Vorteil gegenüber anderen IPs, wie so ein One Piece oder sowas. Also, wir hatten eine bekannte Vorlage, aber die Vorlage war sehr basic, was, was so Storytelling betrifft. Wir hatten als Vorgabe nur die Prämisse, in einem Raumschiff ist ein Imposter unterwegs, der Leute umbringt und Leute müssen diskutieren und rausfinden, wer dieser Imposter ist. Ja. Plus, genau, dass jeder so eine Farbe hat und dass das halt so Sci-Fi-mäßig ist und das war es eigentlich. Wir haben noch so ein bisschen was von der Gamesprache übernommen, aber es gibt ja keine richtige, es ist ja kein so Story-Game oder halt so eine Serie oder irgendwas, wo es schon konkrete Vorgaben gab und konkrete Erwartungen von bestimmten Charakteren oder so. Das heißt, wir hatten voll viel Freiraum, einfach das so zu machen, wie wir wollen, wohingegen das Adaptieren von One Piece, du weißt genau, wer diese Charaktere sind, du weißt genau, wie sie in dem Moment handeln würden, diese ganzen Sachen und das muss man halt exakt treffen und es muss gleichzeitig cool sein und es muss gleichzeitig die Erwartungen der Fans treffen und so weiter. Das macht es halt viel schwerer einfach. Definitiv. Es gibt, denke ich, drei Sachen, anhand dessen du diese Leute halt hätten entscheiden können, was sollten wir machen und was nicht. Weil die erste Frage ist erstmal, haben wir schon die Möglichkeit dazu? Und ich glaube, teilweise haben die angefangen, Sachen umzusetzen, wo die Möglichkeit noch gar nicht da war. Wer ist jetzt die? Filmemacher, die dann auch, was auch immer dann, für eine Real-Life-Verfilmung gemacht haben, die Studios. Ach so, okay, ah, okay, verstehe. Jetzt zum Beispiel bezogen auf? Bezogen auf zum Beispiel, also alles, was so vor zehn Jahren und länger her kam, je nachdem, was es für ein Anime oder Cartoon oder sowas sein sollte, da hatten wir die Technologie noch gar nicht, um wirklich Sachen nice umzusetzen. Erst jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, wo richtig absurde Sachen relativ gut zu machen sind und es auch immer besser wird. Das heißt, jetzt kann man auch mehr und mehr anfangen, absurde Animes zum Beispiel. Ja. Ich sage jetzt immer Anime, weil das ist meistens am schwierigsten, das irgendwie nachzustellen. Weil ich erinnere mich auch noch, wie oft wir über die Gum-Gum-Frucht, also die Gum-Gum-Kraft, geredet hatten, vor fünf Jahren oder sowas oder noch länger her und man war immer so, ja, das wird richtig scheiße aussehen und jetzt ist es ja besser. Generell ist das glaube ich auch eine Kraft, die voll schwer in Live-Action umzusetzen ist, also zum Beispiel auch bei Fantastic Four gibt es ja auch Mr. Fantastic, der hat auch so eine Stretch. Incredibles wurde auch mal überlegt, ob das in Live-Action, die Unglaublichen, da hat ja auch Elastigirl auch so eine Stretch-Kraft und immer wurde darüber geredet, das wird vielleicht ein bisschen seltsam aussehen, aber du hast recht, jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Das Zeug wollte ich nicht unterbrechen, das ist mir gerade eingefallen. Aber alles, was ich sagen wollte ist, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Erlaubt uns die Technologie, die VFX, die DJI von heutzutage, dass wir das überhaupt irgendwie nice umsetzen. Und da wird es bestimmt, da gibt es doch Experten, die dir sagen können, ja, nein. So die führenden Studios werden dir doch sagen können, ja, nein. Ja. So die führenden VFX-Firmen. Das ist schon mal eine Sache. Die andere Sache ist, dass da unbedingt ein Fan ran muss. Der sich mit der Materie auskennt. Ja, so in- und auswendig. Das ist ja auch das große Ding bei den ganzen Star-Wars-Verfilmungen. Also, beziehungsweise, Entschuldigung, die ganzen Star-Wars-Serien, die jetzt gemacht werden. Ich glaube, George Lucas hatte damals schon, als ihm noch Star-Wars gehört hat, oft über Star-Wars-Serien nachgedacht fürs Fernsehen. Und wortwörtlich seine Aussage war, ja, die Technologie ist leider noch nicht da. Also es ist möglich, Filme auf dem Level von Star-Wars zu machen, logischerweise, weil er hat ja die Filme gemacht, aber quasi Fernsehserien mit den Budgets von Fernsehserien und mit den Limitationen der Technologie ist einfach voll schwer. Ja, damals war es ja auch noch so, es gab kein Streaming, so wie jetzt. Das heißt, es gab auch weniger Geld für Serien. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Riesending. Und dann auch noch zusätzlich, dass generell auch einfach die Technik nicht so weit war. Das heißt, du musstest halt ultra viel Geld in irgendwas reinbuttern, um irgendwie für einen 2-Stunden-Film das rauszukriegen. Jetzt versuch das mal bei einer 10-stündigen Serie oder weiß ich, wie lange die halt sind. Zum Beispiel diese großen LED-Wände, die die nutzen für diese Virtual-Production-Sachen. Genau, für die Leute, die es nicht wissen, für die Star-Wars-Serie, tatsächlich, also für The Mandalorian wurde diese Technologie entwickelt. Haben wir da schon mal drüber geredet? Ja. Ah, okay. Dann halte ich nur ganz kurz. Quasi, es wurden riesige LED-Wände in ein Studio gebaut, die, ich glaube, 270 Grad gehen. Das heißt, fast ringsrum komplett. Und auf diese LED-Wände werden Backgrounds mit Spiel-Engines abgespielt. Also quasi das, was normalerweise auch für deine Playstation benutzt wird. Damit wird quasi der Background generiert. Und dann kannst du in diesem Setting, sieht es dann zum Beispiel so aus, als wärst du in der Wüste beispielsweise. Oder als wärst du auf irgendeinem Alien-Planeten. Das kannst du halt alles da einspeisen. Und kannst du es direkt da filmen und es passiert direkt vor Ort. Und das spart extrem viel Geld und extrem viel Zeit. Und lässt halt einfach Sachen möglich machen, die vorher viel zu schwer zu drehen gewesen wären. Also entweder mit harter Greenscreen-Action oder halt eben, dass man an Locations sparen oder fliegen muss. Und seitdem es das aber gibt, hat es denen ermöglicht, ganz viele Star Wars Spin-Offs zu machen. Diese ganzen Serien. Und ich glaub, jetzt inzwischen arbeiten auch andere Serien damit. Ich glaub, Netflix hat ja auch damit gearbeitet. Ja, das ist jetzt gang und gäbe, glaub ich, in der Industrie, dieser Technologie. Ja, ist es gang und gäbe? Also ja, es wird auf jeden Fall immer häufiger benutzt. Ja, natürlich. So ist jetzt nicht jeder Dreh und nicht jede Möglichkeit. Wird jetzt häufig eingesetzt, weil macht ja auch nur Sinn. Ja. Aber halt, das gehört manchmal dazu. Manchmal willst du gerne irgendwas drehen und musst dann sagen, ey, jetzt ist gerade Geld und Zeitverschwendung so. Bei manchen musst du halt einfach die Zeit abwarten. Bei viel musst du die Zeit abwarten und es ist ja nicht so, als würde es nicht genug anderen Shit geben, wie zum Beispiel Conan, was ich vorhin meinte, was man schon hätte längst ohne diese Probleme in der Zeit umsetzen können und einfach warten, bis die Zeit besser ist. Ich weiß nicht, vielleicht sind die ganzen VFX-Fortschritte der letzten Jahre auch, weil alle so Traumata von dem Dragon Ball Anime bekommen haben und sagen, oh scheiße, unsere VFX müssen besser werden. Wir können nicht damit weiterleben. Vielleicht hat das auch den Beitrag gehabt. Aber diese Sachen und dann halt einfach noch gute Besetzung. Eigentlich, wie gesagt, wenn du jemanden ranlässt, der Fan ist, würde die auf eine gute Besetzung eigentlich in der Regel achten. Der letzte Punkt ist vielleicht noch Dauer. Wenn man auch versucht, irgendwie eine Serie in einen Film reinzupacken, kann es schwierig enden. Ja, stimmt. Haben wir bei Death Note gesehen. Aber alleine, wenn du schon etwas super langes in einen kurzen Film reinstecken willst, ich will es jetzt nicht verallgemeinern, je nach was ist hier überhaupt die Prämisse Konzept kann auch mal was geben, was dann in einer kleinen Episode quasi reinpasst. Aber häufiger ist es sogar andersrum einfacher irgendwie aus einem Film noch vielleicht eine Serie zu machen oder so. Oder halt aus Serie, Serie. Wahrscheinlich diese ganzen Gespräche gab es auch früher nie. Wenn es kein Netflix gibt, wenn es kein Wow gibt, wenn es kein das und das gibt, überhaupt sowas zu produzieren und weiß ich nicht, auch ProSieben um 20.15 Uhr einmal die Woche rauszuhauen oder so. Nee. Also, ich habe neulich gesehen Clips aus Heroes und die VfX waren eigentlich richtig kacke. Ja, aber wir dachten damals, die waren überheftig. Die Budgets waren halt einfach extrem schmal, weil es halt fürs Fernsehen gemacht wurde. Ich glaube, die heftigsten Superkräfte-Showdowns wurden dann so für die finale Folge sich aufgespart. Und ansonsten gab es pro Folge eine heftige Sache, die passiert ist vielleicht. Und der Rest musste mit so Gesprächen gefüllt werden eigentlich. Was voll weird ist, wenn man darüber nachdenkt, dass so wortwörtlich es um Leute geht, die Superkräfte haben die ganze Zeit. Ja. Aber. Wie die Serie, wo wäre sie heute gedreht worden? Boah, hab ich schon Bock drauf. Ja, Mann. Ja, Mann. Aber irgendwie hätte ich auch voll gerne dieselben Charaktere. Ja. Syla, Claire. Scheiß drauf, ich glaube, ich fange die wieder an. Nein, Mann, ich bin zu hyped. Let's go. Ich habe random, bin ich auf TikTok auf so Heroes gestoßen. Ja. Und da wurden mir ein paar Heroes-Videos so immer angezeigt. Und da waren schon so heftige Edits auch. Scheiße, Mann. Zu oft haben wir jetzt darüber so geredet und ich war so, oh, Mann, ich vermisse den Shit. Nein, ich werde einfach wieder gucken. Das ist voll episch, Mann. Guckt euch den Scheiß an, auch wenn die Serie irgendwann mittendrin abbricht und ein bisschen vorher auch vielleicht ein bisschen kacke wird oder so. Ja, und die VFX nicht immer so gut sind. Es gibt so einen Effekt, wo so ein Charakter, ich sag nicht wer, weil das ist so ganz voll der Spoiler, aber ein Charakter, der fliegen kann, das findet man später raus, dass die Person fliegen kann, fliegt einfach hoch und in der Luft fliegt sie dann weg. Ist einfach so eine kleine so Rauchwolke-Ring hinter ihm so und dann so eine Linie einfach. Sieht so richtig nicht gut aus. Oh, Mann. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr dem Podcast noch nicht folgt, dann könnt ihr das jetzt tun, indem ihr entweder uns auf den Streaming-Plattformen folgt oder ihr könnt uns auch gerne auf YouTube folgen. Ansonsten, wir haben auch bei der Instagram at aria-lee ist mein Was? Das ist dein? Ich wollte sagen, ist mein Co-Host, aber dann so, ist Co-Host heißt es dann, dass du nicht der Haupthost bist, aber ich glaube, wir sind einfach gegenseitig Co-Host zueinander, oder? Ja. Ich weiß nicht, auf jeden Fall Aria ist Instagram und dann mein Instagram ist jsamuels und ansonsten würden wir sagen out to reason peesen and goodnight San Francisco.